Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video zu Capture One Pro und heute wird es eher ein kurzes Video werden, weil es um das Overlay hier geht. Und wie ich das Ganze einfüge, darum geht es in diesem Video. Also dranbleiben, gleich geht es los. Wir sind in Capture One Pro bereits drinnen und wir gehen dazu in das Register Bildaufbau heißt das glaube ich, ja Bildaufbau. Und hier haben wir das Werkzeug Überlagerung. Das heißt ganz einfach hier eine PSD Datei verwenden und dann können wir dementsprechend die Sachen ändern, wie Deckkraft, die Skalierung können wir ändern und wie das Ganze auf unserem Bild ausgerichtet werden soll. Das kann man natürlich auch mit einem Logo machen oder anderen Bilddateien, aber ich habe es eben für solche Magazin-Cover und ich verwende das Ganze eben, dass ich weiß, okay, wie wirkt das Bild in einem 4 zu 3 Format, beziehungsweise als Vorschau nach einem Shooting poste ich dann ein paar Vorschau-Bilder auf Facebook. Das sieht dann dementsprechend so aus. Moment. Und so sieht man dann die ganzen Bilder dementsprechend. Dazu eben, wie gesagt, brauchen wir eine PSD Datei und da gibt es einige im Netz zum Runterladen als Template und das wäre eben eine auch von mir, die gebe ich euch, also eine andere Datei gebe ich euch dann in der Videobeschreibung als Download-Link und da könnt ihr dann selbstständig die weiße Sachen verändern. Das Ganze dann abspeichern und dann braucht man es eigentlich nur mehr hier reinziehen. Dazu lösche ich mal diese Überlagerung und ich zeige euch mal, wie das funktioniert. Dann hätten wir hier die Datei und dann ist eingefügt. That's it. So sieht es dann aus und so funktioniert das Ganze. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Wenn ihr das Video geil fandet, dann abonniert diesen Kanal und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video, wenn es wieder um Capture One geht. Also dann Leute, ciao.